So, jetzt fahren wir über die Drehbahn. Es ist noch hell, noch nicht viel los. Schmids Tifoli waren wir schon gerade viermal in der heißen Ecke. Darf ich fassen? Ich habe keine Lizenz, ich darf. Ja, und da ist dann der Silbersack, genau. Jetzt müssen wir gleich wieder durch. Silbersackstraße. Hier ist dann die große Feine. Hier hinten ist dann... Ach, da steht die Olivia. Und hier gehen dann die Touren von Olivia Jones los. Ja, das ist ein bisschen.